Hey Leute, Willkommen zu meinem nächsten Part bei Warhammer Wormantide. Ich befinde mich jetzt in dem letzten Level, was ich hier noch machen muss, in Akt 2 und danach kann ich in Akt 3 übertreten. Das Level nennt sich Spreu und Weizen und ist gar nicht so einfach, wie man anfängt denkt. Wenn man hier ein Stück läuft, dann kommt direkt hier schon das Missionsziel. Ich bringe sechs Getreihersäcke in das Fahrzeug. Da denkt man sich so, ja, ist ja nicht viel. Aber die sind über den ganzen Map verteilt und das ist wahrscheinlich auch jetzt schon das Missionsende. Weil das sieht nämlich aus wie das Luftfahrzeug und die, wie gesagt, sind die ganzen Map verteilt. Man wird ständig von irgendwelchen Soldatenraten und den anderen großen Viechern auch angegriffen, die einem das mega schwer machen, die Säcke da hinzubringen. Und zudem hat man dann noch meist immer so dumme Spieler, die meinen, jeder muss ein Säcke alleine ran holen und nicht übereinander bleiben. Ja, wahrscheinlich erst Soldatenraten, davon geht auch genüge hier auf der Map. Ich entscheide euch mal, dass wir alle am besten zu einem laufen. Und hier ist es echt so, dass es einfach kein Ende nimmt mit den ganzen Ansturmen. So, wie sieht das aus? Jetzt erst unser Kräfter hier euch geholt. Das traue ich noch nicht. Wollen wir für später merken, dass es keinen Trend gibt. Ja, eine geile Sache. Ich bin hier ein bisschen am Arsch. Wo ich mir hier ein bisschen nicht beikämpfen kann. Besser wenn man neben einsteht, als hier so getrennt. Ja, klar ist gerade jetzt ja auch nur irgendwann mal rumrennen. Dann schneiden wir uns den doch direkt. So Mädels, was denn hier mit dem Sack will den keiner mitnehmen? Okay, der hat den aber auch gespricht, wenn ich mal die Wache. Ja, und dann kommt der der echte Pitzer. Das ist das Schlimmste, was hier auf dem Web passieren kann, wenn der ankommt. Wenn gerade noch so ein anderer Ansturm dabei ist. Jetzt gerade mich da mal nicht ab und still. Das ist doch mega Assi gerade wieder. Man will sich auf den Großen konzentrieren. Ich habe gedacht, dass der Groot nie sterben würde. Das war knapp gerade noch so geschafft. Ich hoffe, das war's auch mit dem Großen für das Level. Ich hoffe nicht, da kommen zwei, drei Stück. Ja, ne, bisschen umstupsen die Ollen. Ich habe jetzt mal gespielt. Ich habe jetzt mal Zeit. Ein Sack haben wir mittlerweile schon. Wie ihr seht, was das für eine Zutour war. So, das war jetzt der zweite. Ich habe auch schon alles leer gekrabbelt. Ja, dann geht es jetzt mal zum nächsten Bereich hier, würde ich sagen. Aber die Brücke drüber. Ich habe jetzt noch eine Bombe, die ist auch immer gut. Wenn mal wieder so ein Tank kommt. Was macht denn der da hinten alleine? Ich muss mich medicieren. Dann bereit! Ah, da kommt er angerannt. Ist echt nie gut, auf wen auf dem, auf einer alleine rumrennt. Bist man dann bei dem wär. Das ist ja schon längst der Geschichte. Ach du Scheiße. Gern mal hier. Getümmel gar nicht. Oh ja, da sind sie hier wieder die ollen Soldatenraten. Aber mein Leben ist auch schon wieder ganz gut hoch. Aufgegangen. Allein nur durchs Töten. Soll ich dann aber gleich auch den Überblick verlieren. So eine Metze. Die Erdlanger mit den zwei Säcken hier. Soll mal alles zurücktreiben. Lass mich nicht alleine. Ja, das ist ja gut hier. Ich hab mich schon wieder gehalten einmal. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. So weit war ich noch nie. Also ich. Dass ich vier Säcke da in nem Schuppen hatte. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja. Ja. Ich muss schon wieder eine Hilfe. Ja. 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 Ich bin wieder dran hier von allen Seiten, ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren anzuretten. Ja, der ist jetzt tot, aber wo wird der Respawn, das muss ja eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Da ist er ja. Jetzt nur noch die letzten beiden Säcke und ich hoffe, dann ist das endlich hier gegessen das Level. Keine Lust, das nochmal alles von vorne hier zu machen. Warum müssen wir denn hier lang glatschen? Nichts Wasser, oder? Ja. 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 Ich bin einfach im Haas, weil wir sich irgendwo verstanzen, aufballern einmal drauf und dann ist man schon halbe Leben los. You're a driven man, Saltpire. I have learned that. See that you don't interfere. Dark, ne, da, einen haben wir noch. Das war schon der Nächste, um heute schnell mein Day haben wir, dass ich mein Team einhole. Ja geil, der Schild hält irgendwie ab. Love, Forrest, love! Ah, also noch Ränder. Wir sind alle drin. Yo, endlich! Ich weiß nicht, jetzt wie viel Anlauf ich gebraucht habe, aber endlich habe ich das Scheißlevel geschafft. Dann kann Akt 3 beginnen. So, jetzt muss ich das mit dem Ding. So, ich bin ein Ding.